Hi, heute mache ich Elefanten-Zabas hier. Ja, und dann komme ich mal an. Zuerst mache ich ein Wasser-Mixer zwischen Warmwasser und Hefe. So, jetzt muss ich das Wasserstoffperoxid. Ich fülle hier 36% in diese grosse Flasche. So, und dann mache ich mal die andere. Ich nehme 3% Wasserstoffperoxid. Mit der Kindersicherung. Oh, jetzt ist mir das Riegel. So, dann muss ich nochmal so ein Wasser-Mixer. Dann das Hefe raus. So. Und jetzt das Drieschütte geht schon los. Ah, das Ding passiert jetzt. So, das ist ein Glück. So, dann muss ich noch eine Lebensmittelfarbe. So. 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 Und jetzt kommen noch ein paar Spritzen des Spielmethodes. So. So, jetzt kommt einer ganz faszinierend zu stehen. Jetzt bin ich fertig. So ist die Zabasch da. So ist die Zabasch da. So, jetzt schuhen wir das die ganze Zeit. So ist die Zabasch da. 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 So ist die Zabasch da.